An der Böcke Beruf gefällt mir vor allem, dass ich mit natürlichen und regionalen Rohstoffen arbeiten darf. Die Nachtarbeit gefällt mir auch ganz gut, weil ich nachts einfach aktiv bin, aber es sind viele nicht so passt. Dann die Teamarbeit, die ist auch super, wenn man einen guten Mitarbeiter hat, sympathische Mitarbeiter vor allem. Und man ist nicht ausgelärt. Musik Musik Musik